hey leute willkommen zum neuen part von human fall flat wieder mit dabei ist der liebe iceman wir sind am herausfinden was wir jetzt hier machen müssen mit diesen öfen und so weiter mit dem kipp laster ja ich versuche jetzt mal alle öfen in brand zu setzen also im gang zu bringen dazu brauchst du dieses feuerzeug ja das habe ich jetzt gerade das habe ich gerade so der erste läuft ja warte mal habe ich da wieder reingetan gerade so jetzt pack hier den zweiten an der zweite läuft auch das machen wir dritten auch noch an saving so hier haben wir noch ein bisschen was rein nochmal saving ok die auch noch mal ein rein gut aus und die klappe dicht zu klappe dicht ja aber zu klappe tot der klappe affe tot äh affe dicht affe zu klappe dicht komm rum mit dir um die kurve du scheiß gefährt land oder der bearbeiter leider nicht ja so ja man ich bin der bearbeiter bob der meister können wir das schaffen hehehe nice man wo ich herkomme oh ich sehe das ja der leere ist genauso dumm wie wir noch eine ladung mitgebracht nice aber ich die müssen bis zum anfall also bis zum dingstens zum anschlag voll machen ne also bis die nadeln alle komplett achtung ja muss andere geschöpfe weg fahren ja moment ja moment passt doch so oder nicht ich fahr schon ich fahr schon ja oh da fährt jetzt alleine oh warte mal blab hier blab hier so wir haben noch einen achso ok gut dann dann fahr das war uns wahrscheinlich sowieso neu glaub die klappe muss wieder zu wenn die dinge da drin ne 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 noch nicht erst mal äh bis die voll sind hier ja da kompletter druck da ist ja das gehört ist das anscheinend voll ja es ist voll ja dann können wir zu machen dass ich wirklich rum gefahren bin ja da ist auch voll ne der zweite auch noch hat den dritten aber ich durfte die klappe zu zu machen boah was schwer karin ja es ist wirklich ich war ein witz ich mein das ist aber wirklich so nein es ist wirklich nicht oh geht von der seite geht das gut durch geht klar mach ja komm ich helf dir jetzt hast du mich damit begraben ja guck mal das ist wasserdampf äh ja wasserdampf äh rauch dampf, dampf, wasser, wasserdampf, dampf hier unten hin oh mein gott geh hier raus das ist laut also hier oben an dem schornstein steht der notausgang ja was ist das laut ist irgendwas ist irgendwas äh naja irgendwo ich gerade hingeschossen werde hingeschossen ja guck mal in den ersten Dingsus rein boah ich glaube ich weiß wohin wir müssen boah hoffentlich hab ich recht ey das wäre mega lustig geil wo bist du ich bin in der Luft ah ich glaube ich weiß wie jetzt ich glaube ich weiß auch jetzt was ja was meinst du denn wir müssen glaube ich in den ersten rein oder nicht oh ich ich habe Errungenschaft bekommen Trampolin ist auch eigentlich 10.000 mal gesprungen ach schon 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 rein ich bin da bis jetzt noch nicht drin ja auch noch nicht auch noch nicht auch noch nicht nicht drin gelandet ich fliege ich fliege ich fliege Achso, okay, ja gut. Oder so. Errungenschaft, das Ende. Nein. Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, ja, ja. Fragezeichen. Oh, lol. Ähm. Das sieht geil aus. Das sieht richtig geil aus. Oder nicht? Was müssen wir hier machen? Irgendwas mit Hebel gesetzen. Ja, das ist, das haben wir auch schon gedacht. Warte mal. Ich glaube, ich weiß was. So, warte mal. Mich soll danach aus, als müssten wir diesen, diesen Kader hier in die Wand reinpacken. Ich glaube, ich weiß es. Was denn? Ich glaube, wir müssen das Ding. Hier positionieren. Okay. Okay. Was ist das Ding? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Musst du es da drin platzieren? Ja, da ist so eine Aussparung und da passt das Ding eigentlich perfekt rein. Ich glaube, da muss man, ich weiß nicht ob man das da, weißt du? Keine Ahnung. Das Ding hier muss... Ach, das Ding muss man umkippen, ne? Ja. Wie liegt der Balken jetzt anders? Karin, der muss da doch gar nicht hin. Nicht? Der muss da hier hin. Warte. So. 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 So, meinst du, ne? So. Dann da unter, ne? Ich bin zu doof dafür. So. Ja, der kippt, kippt, kippt. Und... So. Okay, wir brauchen die Stange nochmal. Ja. Nimmst du die entgegen? Ich glaube, wir brauchen nämlich noch was anderes. Die Felsen von drüben. avaisんです... Vилась. Hühe. Verschuldigung, ne? archiv. Guck faks auf, bulfarien zu vremel stable�me, wo entrfall eine ventrunchelung mehrk Regard중. Ich bin nur schab... Ja. Gein oder andere werden? Ja, nein, warte mal, jetzt mach was, die kommen nie hier an, so schieb, ich brauche einen größeren Hebel, warte mal, jetzt, zurück mal, hier rein, ja, warte mal, jetzt, zurück mal, hier rein, ja, warte mal, hier rein, ja, warte mal, hier rein, ja, warte mal, optimal, ja, A nach B transporten, aber ein bisschen hoch, oder, ja, warte mal, es hat seinen Grund, jetzt wird das wieder runter, Karin, ich weiß, alles ist ein Grund, Leno, was, alles ist ein Grund, hier unten, fahr mal den anderen runter, bitte, ich brauche den anderen, ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, geht doch, alter, du sollst die Arme nach oben, schön, ja, weiter, so, ja, warte, ich komme mal nach oben, so, doch, ach nee, du gehst zusammen schwerer als das Ding, richtig, hast du es dann bis zum Rand geschoben, ja, oh, du schaust auch alleine, eigentlich, das, weil, geht einfach eindeutig schneller, ja, das war brainless, ja, ja, aber gut, warum ich sagte, das Ding, an den Rand geschoben, das ist, nein, das ist es noch nicht, warte mal, jetzt ist es am Rand, brainless, alter, Leno, bist du da? ja, ja, ich bin da, lass dich bloß machen, du musst, du musst mal da runter gehen, Leno, wieso muss ich da runter gehen, vielleicht, weil wir das Ding jetzt in die andere rein kriegen müssen, denke ich mal, und dann nochmal höher verschieben müssen, oder nicht, denke ich bald mal, Rauf hätte es auch getan, aber wenn du meinst, bald genug, nächste Woche, ja, ist es ganz am Rand? Nein, nein, jetzt ist es am Rand, warte mal, kannst fahren, ganz fahren, ganz fahren, achso, Zeitlupe, jetzt aufs Dach packen sollen, ja, hätte ich machen sollen, ja, warte mal, und ab geht die wilde Blutzi, so, ja, stimmt, was ist die Kabine? jup, und wieder auf die andere Seite, so, ich stecke jetzt so ein bisschen fest, das ist jetzt nicht mein Problem, ich habe das Ding da, wo es ist, ich stecke hier halt wirklich fest, ja, ich weiß, du verpüsst mich denn mal, ne? ja, ja, hau rein, ich hänge hier ein bisschen, ich hänge hier ein bisschen rum, ich hänge hier ein bisschen rum, ich weiß nicht, was nice ist, ich hänge hier noch, frei lassen, ne? ich lass die Seele, Seele bombeln, du hältst aber nicht mehr fest, oder? nee, 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 du hältst fest, ich halte nicht fest, ja, du hältst fest, indem du da festhängst, ja, einen Schritt weiter denken, oh, ja, ja, fast, das hat sich ein bisschen bewegt, ja, ich bin doch frei, ich bin frei, ich bin frei, ich weiß, ich habe die Seele ein bisschen bauen lassen, ja, eher den Kopf, also den Körper, und rollen, label, wow, das ist interessant, ja, ich bin schon wieder bei einer halben Stunde, oder so, ja, über 20 Minuten schon wieder, ja, lass mal einen Cut machen, okay, gut, Leute, alles klar, Leute, dann machen wir hier mal einen Cut, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein, ciao!